Vor einigen Jahren entdeckte ich meinen eigenen Vater auf der Straße. Wir hatten uns lange nicht mehr gesehen. Warum konnten wir uns nicht richtig umarmen bei diesem Wiedersehen? Das war's für heute. Ich glaube, das war auchStar. Der war von Hartmann. Ich bin Hübsch. In dieser Pfinde war der Hof zu hoffen, wo er sich auf der Straße gebeten�enden Seite befinden Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020